Urlaub in Ungarn auf dem Platensei. Wir sind in einem Stadt, der heißt Ojot. So ähnlich. Das ist hier und auf dem Balaton in Ungarn nur der einzige Hundestrand. Sehr zu empfehlenswert, wer mit Hundurlaub machen will. Das ist alles umzäunt. Die Hunde können frei laufen, sind alle miteinander gut befreundet. Heute ist Ende Juli 2017. Das Wasser ist recht warm, nicht tief, sauber. Die Hunde toben, spielen mit Bällen. Richtig toll, der mit Hund Urlaub machen will. Wir sind zum Beispiel, haben wir unsere Häuschen auf der anderen Seite dem See gemietet, da hinten. Und kommen mit ca. 56 Kilometer herher. In einer Stunde sind wir ca. auf dem Hundestrand. Aber super. Die Hunde können ohne Leine und alle sind untereinander super befreundet. Egal welche Rasse, welche Größe. Kann man sich auch direkt kostenlos parken. Kostet pro Mensch und pro Hund ca. 200 Foren. Das ist weniger als 1 Euro. Wir sind Mülltonen da. Wir sind Mülltonen für den Hundekot. Mit Hundetüten. Richtig schön zu empfehlen. Wo ist die Nancy? Das ist unsere Nancy. Ihr erster Urlaub. Und ich glaube, die ist sehr begeistert. Sehr glücklich. Gestern hat sie getobt. Heute wacht sie schon auf die Stelle. Nancy! Wo ist meine Nancy? Hier ist meine Nancy. Ja. So viele Beagles. Und große und Babyhunde. Und alle Toben. Da wählt sich einer. Richtig schön. Der Start heißt Foryot. Tschüss!